heute hier sehen könnte eine runde aspect legends wir gehen auch direkt auf meine karriere machen so dann nehmen wir den hier aktuelle wagen rang ist niedriger als der entfohlen rang ist wird schwer werden was dann zu gewinnen solltest anwenden du kannst ja jetzt doch wie es geht ich werde jetzt alles mal bis hier haben machen wir bis diese kack xbox gewinne das rennen die zeit vier sekunden sollte ich sagen aber was nicht easy ist das rennen zu gewinnen mal gucken ob man das schaut da ok so Zack. Ah, kacke, gelegt. Okay. Zwei Ziele habe ich wirklich schon fertig. Kacke! So, let's go. Bam! Geschafft. Geschafft. Ich habe alle das geschafft. Nice. Alle Rennziele abgeschossen. Nice. Blaupausen. Nee, ich will mir keine Werbung anziehen. Nein. Wagen aktivieren. Ja. Machen wir das mal. Okay, nice. Wir haben anscheinend ein neues Auto. Jetzt, glaube ich, zumindest, ja, vier neue Autos. Boah, alle drei Renndinger. Aha, Nissan, okay. Wir können ja etwa gucken, dass wir einfordern hier. Ja, hier auch einfordern. So, dann können wir uns hier mal das Auto angucken. Ah ja. Tatsächlich, jetzt habe ich das Auto. Ich habe mich schon mal verfahren. Ich weiß es gar nicht. Hier. 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 So, dann haben wir direkt das auch einmal geupgradet. So, dann können wir auch direkt weitermachen. Dann nehme ich natürlich den, wobei, der ist halt besser. Ah, dann nehmen wir erstmal den hier. Auf jeden Fall habe ich ein neues Auto. Fahre in Position drei oder besser durch das Ziel. Wunderbar, 655. Ich habe ein bisschen mehr, von daher, passt. Also, ich soll einfach nur auf Position drei sein, okay. 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 insel luft und wieder erster meis waren position oder besser durchs ziel die geschaffen nur noch drei stück dann habe ich sogar den miss an hier irgendwie immer diese werbung hier nee ich will keine werbung jetzt nicht mal drei haben der aufstieg einer legende natürlich wieder den hier ich hab schon wieder schluck auf perfekt ich bin ja das rennen das rennen gewinnen aber ich glaube ich sollte es schaffen tatsächlich nicht die sind alle ständig perfekt denn er nicht überholt ok jetzt habe ich hier wieder ganz viel speed ich muss ihn überholen wird schwer wird schwer ok ich hab den einbuß nicht bekommen ich hab den einbuß nicht bekommen aber da ist was zu zielen bam bam nice gewinne das rennen habe ich irgendwie geschockt nice 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 neue season aktiviert alles go neue season aktiviert alles kann äh später so oh wir sind sogar tatsächlich danach denn fertig den la ferrari anscheinend ich muss wieder das rennen gewinnen ok das wird jetzt wahrscheinlich schwerer so war ich war ein bisschen laut ich hoffe ich schaffe ist wenn nicht okay ich muss gegen den gewinnen na Junge der ist ja jetzt schon schneller als ich ok ich hab ihn gehittet so boah der ist wieder hinter mir kacke boah Junge dieser blöde ja ich hab ihn wieder gehittet der kommt aber eh gleich wieder also das ist glaube ich sogar ein Bot wirklich ja der kommt nämlich immer wieder weißt du ja jetzt überholt er mich wieder oder auch nicht ja let's go ich will jetzt ich will ihn in den Rheinrahmen ja hier ist glaube ich irgendwo das Ziel ok ich hab ihn getroffen dieser Kack Heli komm schon perfektes Rennen ne ist es nicht oh das ist Ziel let's go oh Junge das war also Leute das war gerade echt ne schwere Geburt nice doch noch geschafft ok perfekt nice 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 machst du Spaß dabei ne nicht jetzt so nice du hast die Season beendet nice da habe ich sogar 2 Season die und die aber Leute das seht ihr erst in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne like ein abonnenten und kommentare schaut außerdem auf meinen Discord Server vorbei das und in der Videobeschreibung verlinkt sowie noch weitere Links und ja jetzt würde ich sagen das ist was mit dem Video wenn es euch gefallen ciao ciao Outro